einen wunderschönen hallo guten tag wollte ich eigentlich sagen aber das kommt darauf an weil ich auf welchen zeitraum man sich das video so anguckt so wir sind in clinch mit dem dlc clinch fiat railroad unterwegs hier mit der mission eingeschränkte leistung dass ein dlc was ich deshalb vielen dank mal an die an die hersteller oder publisher je nachdem wer das dort verwaltet die dlc ist dementsprechend dann entscheiden halt zu verschicken beziehungsweise code und da recht herzlichen dank deshalb werde ich das tatsächlich jetzt erstmal jetzt heute also hier in diesem video entsprechen heute mal mit reinnehmen die anderen werden natürlich fortgesetzt deshalb haben die auch jetzt alle immer rauten und 1 2 und so weiter wo man auch sehen kann wie viele teile das von gibt hier ist es tatsächlich das szenario das ist nach der einführung eingeschränkte leistung und das werden wir uns jetzt dementsprechend anschauen das ist übrigens virginia in den usa und dann gucken wir uns das ganze mal genauer an ich habe es gerade ein bisschen pausiert jetzt der escape gedrückt damit das nicht weiter läuft und wir werden uns das ganze mal jetzt mal anschauen ich muss kohle aufnehmen mal gerade wie lang das eigentlich ist du es ist sehr lang also ich sehe vorne nicht mein ane es ist ja vorne ob es andersrum so rum das sind das ist hinten genau da sehe ich nämlich mein fahrzeug gar nicht die dinger sind usa tatsächlich so lang teilweise warten die sehr sehr lange an den bahn schranken bis der eigene zug durch ist sind deutschland hier nicht so extrem so dann machen wir einfach bereit neutral Fahrzeugauswahl 2 steiger und treibstoff generator motor genau parallele schaltung dann haben wir hier fracht und hier bremsen wir einfach lösen einfach mal die bremsen die unabhängigen und die automatischen so und dann werden wir mal losfahren bolle bolle weil sonst komme ich hier nicht vom platte vom things jetzt geht es bergauf wir dürfen glaube ich nicht mehr als 15 fahren gucken welche stufe er relativ stabil bleibt weil wir natürlich jetzt 0,2 ist nicht viel aber bei dem was man hinten drauf hat nicht drauf aber die länge drauf habe ich noch gar nichts ich muss jetzt mal kohle abholen so die fenster mal ein bisschen hallo wer bist du denn ach nee das ist mir gerade so ein bisschen ähm gibt es kein licht ich bin stabil bei 14 okay das ist gut ja ich kann auch nicht in die außen ansicht war hinten wahrscheinlich noch ganz der komplette anhang da noch im tunnel steckt vielleicht kommt immer noch nicht in die außen ansicht also da merken wir mal wie lang das hinten ist also bei tunnel ist kann ich nicht in die a jetzt ich will gucken ob ich lichtern habe ja jetzt habe ich lichtern so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber sieht schon nett aus. Bist ihr auf meiner Strecke oder steht ihr da, ne auf der anderen, ich dachte schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer wollte das nicht schon immer? Das geht gleich bergab. Gleich der Druck hinten drauf sein, sodass ich vielleicht tatsächlich die Bremse ein bisschen anziehen muss. Okay. 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 Das ist nicht viel, das ist nur leicht. deshalb kann ich auch den Leerlauf fahren und ich glaube, vielleicht brauche ich noch nicht mehr die Bremse oder doch tatsächlich 1,3% macht doch schon ein bisschen was aus wenn hinten ok, ich seh gerade, wir gehen berghoch oder auch nicht ok, ich seh gerade, wir gehen berghoch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok. Zugverband aufteilen und... ach du Scheiße, muss ich ja aufstehen. Ok. 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 Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hab unten rot gesehen, da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das war ein bisschen zu doll, glaub ich. Das war jetzt ein bisschen zu doll. 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 Das war jetzt ein bisschen 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 doll. Das muss ich jetzt rückwärts fahren. Das war jetzt ein bisschen doll. 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 imin Verantwortliche.